Kann ich nach einer Covid-Infektion wieder tauchen? Wenn du Corona hattest, solltest du vor deinem nächsten Tauchgang eine Tauchtauglichkeitsuntersuchung bei einem Arzt machen. Da wird unter anderem die Lungenfunktion getestet und er kann dir genau Feedback geben, ob du wieder tauchen gehen sollst. Wenn dein Arzt dir das okay gibt, steht dir nichts im Weg.